Upgrade! Alright, ich mach's das erste Mal jetzt ne Blaze. Du erinnerst dich vielleicht, als wir das freigeschaltet hatten gestern, als der zweite Villager kam? Da hab ich ja den Blaze beschworen, aber ich hab's ja gar nicht getötet im Endeffekt. Ja, verballer jetzt mal was von deinem Zeug hier. Ich mach's. Bap, Compressed Wood, boop, boop. Oh, da ist er! Aha. Wichtiger hat den Kern geholt. Wichtiger, du kleiner, du kleiner Wicht! Ne, okay, Fireball. Ah, Niete, Niete. Dann nochmal. Und, oh mein Gott, Firecharge. Noch einer? Finde ich gut. Schön. Komm. So schnell es immer geht. Ja! Ja! Oh mein Gott. Nummer 33 war's. Nach 33 Fireballs, Fire... Ne, nach 33 Firepilzen hab ich's endlich geschafft. Schlüssel Nummer 2. Wupp, wupp. Und du es! Nein! Ah! Oh! Stich ins Herz. 3, 2, 1. Und... Oh! Oh! Mann! Rotten Flash. Schabu! Oh mein Gott, Schabu! Ja! Wir haben jetzt zwei Dune Trins. Genau, ich wollte die ganzen Sachen hier holen. Einmal Ancient Debris. Müssen wir noch was melden. So, meine Freunde, wir haben gerade 4.40 Uhr. Und ich mach mir jetzt wirklich die Netherite Ingots um 4.40 Uhr. Mit dem Upgrade zusammen. Und jetzt war für uns unsere Netherite Rüstung. Ich glaub das kaum. Boom! Boah, ist das schön. Ist das schön gerade? Warte mal. Oh, das erste Piece. Das erste Netherite Rüstungspiece auf dem ganzen Server. Glaubt ihr das eigentlich, Leute? Boom, boom, schwumm, zack, boom. Oh! Oh! Ich bin der erste mit Debris. Der erste mit Netherite. Ich bin der erste schwarze Mann in Elements. Und jetzt nennt mich... ...Dick-Hönen-Fürst. Ha, 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 ha. Hä? Wie hältst du schon Netherite? Ich sag das Spark. Oh, also. Wer Tian killt, bekommt 5 Subs. Ich kenn, also ich kenn nur Tian. Ist es wahr? Oh, Tian, Tian, Tian. Ich log mich auseinander, komm zu mir, ne? Ich mein's ernst, wenn einer zu mir geht, ich log mich aus. Ich bin auf der Hut. Feister, join the game. Ich habe 14.000. Ich brauch 1.300 Level. Nein, sag nein, sag was Spaß. Nein, ich steh auf der Hut. Ich bin, ich hab meinen Turm. Ich bin der Höllenfürst. Ihr könnt mich nicht bezwingen. Ich brauch 1.200 XP nur noch, dann kann ich die Axt upgraden. Es ist soweit. Also ein Mod von mir sagt, er legt 5 Subs drauf. Was ist das denn jetzt? Auf einmal bin ich Pablo Escobar oder was? Nein. Aus. Leute, nein, ich werd jetzt verfolgt. Kopfgeldjagt oder was? Ich tu doch nur was für die Gesellschaft. Okay, wisst ihr was? Okay, wenn ihr das weiter treibt, dann hab ich eine Hebe gegen euch. Wisst ihr, was ich mache? Ich sage euch nicht, was in dem Upgrade kommt. Ich mach nur, ich guck Fullcam, was die 50.000 Axt macht. Und wisst ihr was? Ich bau jetzt nur noch 1.000. Ich bin im Endspurt. Ich habe 14, 15 Stunden dafür jetzt gefarmt. Wer? Ich bin der Höllenfürst. Ich muss schon, oder? Niemand jagt mich. Es sind 30 Subs. Nein, das... Nein. Oh mein Gott, es sind fast 100 Subs. Ja. Na, das ist bescheuert. Nee, ich nehm die 100 Subs selber, Fuchsel. 100 Subs? Hast du das schon reingeschrieben für das Subs? Nee. Nee, mach ich besser nicht. Ey, dann kommt Stegi NoJob. Ich meine sehr ernst. Dann kommt Stegi. Es ist Endspurt. Ich brauche nur noch 770 und dann habe ich endlich die 50.000 Axt. Karst. Grau. Ich habe Herzklopfen. Ich habe jetzt, also OOC. Ich habe jetzt wirklich, also ich habe wirklich Angst. Also wirklich jetzt. Leute, ich habe nur noch ein Steinschwert und es ist fast kaputt. Oh, da ist er. Oh, Noriax. Hallo. Hallo, Noriax. 100 Subs und 100 Subs. So, meine Freunde. Das war's. Das ist kein Problem. Er kann nichts machen. Ich habe ihn gedribbelt. Das war's mit dem Projekt. Nein, also Chat, wenn die mich jetzt töten, ist es wirklich höchst asozial, ne? Er platziert Lava. Er hat mich auf linken Bildschirm. Ich glaube es nicht. Leute, ich tu's. Ich join. Wenn ich die Level verliere, ist alles vorbei. Alles ist gut, er ist weg. Das ist gerade wie, als hätte man so einen Hollywood-Film gedreht. Und dann ist da so der Spannungsbogen. Und dann denkt man, Höhepunkt, dann ist das Film vorbei. Was ist das denn jetzt gewesen? Was macht ihr denn da unten, ne? Besser ist es. Weg von meiner Burg. Stege kommt. Nein. Bitte sagt nicht, Stege kommt. Nein. Ich höre Stimmen. Ah. Ich höre da Stimmen. Und da sind auch die Schritte. Habt ihr es gehört? Da hinten auch. Merle kommt. Merle muss erst mal Doppel-W aktivieren. Versprint bis vor, die Balli mir ist. Die muss erst mal kurz Einrast-Funktion deaktivieren, wenn sie mich ernst niegt. Sind 100 XP noch. Leute, wenn da jetzt plus 100% Wood kommt. Ich haue alles dumm und dämlich. Ich füttere meinen Kater nicht mehr. Ingame. Und ich werde je noch diesen Server verbrennen. Ich hab's. Ja. Wer hat jetzt die Dicken rein? Leute. 1 XP. 50.000. Und jetzt. Jetzt nur noch hin. Wir können jetzt in die Lava fallen. Es könnte alles vorbei sein. Es könnte alles passieren. Upgrade. Upgrade. Wo ist meine Axt hin? Hallo? Hallo? Wo ist die Axt? Ah! Die Axt ist weg! Was? Nein! Spark! Du musst mich freuen an dem Punkt. Spark! Game Master! Game Master! Game Master! Warte, nein! 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 Ich hab grad 15 Stunden gegrindet. Für 300% Holz! Und jetzt guck mal, wie viel Holz ich hab. Da bringen mir die 300% richtig viel, oder? Leute. Was ist denn das? Vor allem nicht mal eine bessere Abbaugeschwindigkeit. Einfach mehr Holzdrops. Es ist alles weg! Ich bin am Ende! Ich bin so gebrochen! Ich war noch nie so gebrochen, ne? Es ist nach 15 Stunden Nacht durchmachen und Grinden und Herzklopfen, Hingabe, alles. Alles für nichts! Ich hatte 50k für den Maximum Photon und Maximum Gravitation schnell gefühlt benutzen. Gefühlt. Ich habe gerade mit meinem Maus-Reading, mit meiner Maus-Reading-Funktion, Leute, hab ich die, hab ich quasi mittlere Maustaste gemacht und dann neu sortiert. Das hier hab ich gemacht. Spark auf WhatsApp anrufen. Los! Ja, nee, Chat. Also das ist ja ein Zähn. Schaut mal, wie viel Holz ich abgebaut hab. 111.000. Die ist einfach weg.